Liebe Märchen und Herren, Sie sind mit der Meinung, was diese beiden liebenswerten Chaoten geboten haben. Das war... Ich bitte hier... Liebe Märchen und Herren, Sie sehen, es gibt auch noch liebenswerte Chaoten. Nicht wie die andere Sorte, wo zwei von denen an einem Bauzaun stehen, sagt der eine, versuch doch herauszukriegen, dass die dahinter bauen. Ich gehe inzwischen und organisiere eine Demonstration und dann vandalieren wir. So sind unsere beiden liebenswerten Chaoten nicht. Unseren beiden Chaoten ein dreifach neulandes Kildberg. Kildberg! 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 Bitte ab mal. Unsere Pause. Kildberg! 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 Kildberg Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020